Neue Woche, neues Glück, neues Hintergrundbild, altes Puzzle, neues Datum, neuer Tag. So, heute lösen wir auf. Montag, Montag den 29. Juli, genau, ja, wir machen wieder Standort, wir haben noch ein paar Tage wo wir diesen Standort machen können, dann machen wir das doch, ich muss noch schnell schauen ob ich Ton aufnehme oder nicht, ist immer ein bisschen blöd wenn man das nicht aufnimmt. Wir haben den Montag, den Montag könnte man z.B. mit dem da machen. Dann die 29 ist hier unten, ja, das ist wahrscheinlich schon wieder blöd. Jetzt setzen wir mal den da hier hin, dann, ups, das ist wahrscheinlich auch schon wieder blöd. Der Montag da unten, ok, gut, so hätten wir beide, ne. Könnte man den hier reinsetzen, und z.B. den hier, aber dann haben wir hier hinten ein kleines Problem. Wenn wir den hier hinten, dann müssen wir den da noch irgendwie loswerden. Das geht so nicht. Standard lassen wir aber. Dann könnte man z.B. den hier runter setzen, und den da gerade hier ran, dann haben wir den schon mal weg. Und das T können wir auch gerade hier hinsetzen, das tut gut, da unten haben wir den Montag. Und dann, dann können wir den hier hinsetzen. Gut, das sieht ja schon mal gut aus, ne. Da müsste man wahrscheinlich den hier hin machen. Und, ja, das passt, ne. Das passt recht gut. Montag 29. Juli. Wow, wow, wow. Von der Zeit her, naja, ok. Um die zwei Minuten rum ist ja ok für mich. Für andere nicht, aber für mich ist es ok. Dann das heutige Hintergrundbild. Ich habe da mal was Festlicheres genommen, ein bisschen weniger apokalyptisch oder was auch immer. Wobei man wird sehen, was Ende Woche dann wirklich gerade raus rauskommt. Wir haben ja diese Woche Nationalfeiertag hier in der Schweiz. Und darum passt das recht gut. Was sagt ihr zu diesem Bild? Und in welche Richtung soll ich gehen? Wahrscheinlich gehe ich eh wieder Richtung postapokalyptisch mit Monstern und Cybertech und ich weiss nicht was. Und wenn ihr weiterhin meine Videos sehen wollt, dann folgt meinem Kanal, liked das Video und klickt die Glocke. Wenn ich irgendwas ändern soll oder so, schreibt es mir in die Kommentare rein. Ich lese die wirklich ab und zu. Es gibt nicht sehr viele. Eigentlich gibt es fast keine. Eigentlich schreiben immer die gleichen. Ist ja schon schön. Ok, gut, die die schauen. Ja. Ok. Dann möchte ich mich bedanken, dass ihr das Video geschaut habt. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns morgen wieder zum nächsten Video. Tschau zäme. Woniper Jahrhuras Ah Ah! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR